Jo, servus Leute, was geht bei euch? Ich hab heute willkommen zu eurer YouTube-Video. Heute geht es um etwas ganz besonderes. Wie ihr den Titel lesen könnt, mache ich heute selbstgemachte KFC Wings. Nuggets, Wings, irgendwie sowas. Ich möchte mal gerne sowas selbst machen und nehme euch gerne dabei mit. Fangen wir an. Als erstes haben wir drei Eier in eine Schale gelegt. Dann 400 Gramm Mehl. Ich hab die ganzen Pulverzutaten in die Videobeschreibung gepackt. Hier seht ihr nochmal alle auf einen Blick. Wir haben die Eier zusammengerührt und anschließend die ganzen Pulverzutaten in die Schüssel gepackt. Und natürlich ordentlich zusammengerührt. Dann haben wir die 400 Gramm Mehl dazu getan. Das natürlich dann auch ordentlich verrührt. Die 200 Milliliter Sprudelwasser darf man natürlich nicht vergessen. Meine Hähnchenteile habe ich übrigens von Penny geholt. Ihr müsst übrigens bei der Zubereitung ein bisschen aufpassen. Das kann eine ganz schön große Sauerei werden. So sehen meine Hähnchenteile aus. Dann haben wir die Hähnchenteile bei den Zutaten mit eingelegt. Natürlich nicht zu vergessen das Öl anzuheizen, damit es auch klappt. Dann haben wir die Hähnchenteile schön eingemehlt. Und anschließend natürlich auch ein extra Teller gepackt. Es hat schon gut nach KFC gerochen, muss ich echt zugeben. Wenn das schön sprudelt, dann wisst ihr, er hat alles richtig gemacht. Das sah schon wirklich echt lecker aus. Leute nicht zu vergessen, das kann ganz schön schnell satt machen. So sahen sie übrigens aus, nachdem wir sie bei den Zutaten eingelegt haben. Nachdem die Hähnchenteile dann fertig waren, haben wir sie auf ein Gitter gelegt. Da bekommt man gleich wieder Hunger, allein schon beim Videoschneiden. Also mir persönlich hat das gut geschmeckt. Aber wie gesagt, das macht es sehr schnell satt. Also übertreibt es nicht. So Freunde, wir sind wieder zurück. Ich hoffe euch hat das Video gut gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich auf ein Like. Kommentiert fleißig und abonniert diesen Kanal für die 2000 Monat. Das würde mich sehr freuen. Alles andere ist in der Videobeschreibung. Haut rein. Ciao. Ciao.